1908 Der Live-Radio-LASK-Podcast Immer LASK, immer LASK, ey! Mit Georg Duschlbauer Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Live-Radio-LASK-Podcast 1908, wie immer präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Der Countdown läuft zum großen Match gegen Liverpool und deshalb reden wir heute mit dem neuen Kapitän vom LASK, mit Robert Schull. Servus Robert. Servus, hallo. Robert, immer die erste Frage, was darfst du zu trinken? Seien ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein Radler, ein hellalkoholfrei oder ein Wasser vom BWT? Natürlich ein Wasser vom BWT. Sehr vernünftig. Ich nehme trotzdem Urtyp, ich muss nicht spielen. Robert, bevor wir über das Aktuelle reden, kurzer Blick zurück, so circa 20 Jahre. Es war damals Sporthauptschule Wels, Bernau. Schuller-Liga-Mannschaft, die waren sehr gute, coole Truppen. Wer war denn da alle dabei damals? Ja, du hast mir gerade die Bilder gezeigt. Es waren richtig coole Truppen, muss ich sagen. Den einen oder anderen kennt ihr ja eh, da beim LASK, der gerne Trauner war bei mir. Oder wir waren gemeinsam in der Mannschaft, dann haben wir da meinen Bruder dabei noch. Dann haben wir da noch Husbeck, Felix und glaube ich, die anderen sind jetzt nicht so ein großer Begriff. Aber es war auf jeden Fall eine coole Einheit, ja. Ihr seid damals Bundessieger, waren sogar in der Halle gegen BRG Wien-Polkerstraße, wo ein eher unbekannterer Spieler wie David Alaba mitgespielt hat. Wie war das damals? Das war schon eigentlich ein Highlight, weil die haben eigentlich immer alles niedergespielt, die Wiener damals, oder? Ja, ich muss sagen, wir waren natürlich damals, wo wir uns dann qualifiziert haben für das Finale, war das natürlich ein Riesenspiel für uns. Und wir haben gewusst, dass wir eigentlich gar keine Chance haben gegen die Wiener. Und ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern an das Finale, aber mit unserer geilen Truppen haben wir es dann irgendwie geschafft, dass wir es gewonnen haben. Und es war natürlich eine Riesenfreude dann auch. Du warst durchschützenkönig sogar, ich habe nämlich Videos gesehen davon. Okay. Robert Schul mit Nummer 11, durchschützungskönig. Und euer Trainer damals, oder euer Lehrer, der Hattinger Horstl, wirst du ihn noch vielleicht erinnern können? Ja, kann ich mich noch erinnern. Lange rote Haar. Kann ich mich noch erinnern, ganz genau, ja. Der sitzt in Wagrein, dort Lehrer an der Hauptschule und der hat mir was geschickt. Okay. Ja, hallo Robert, da ist der ehemaliger Lehrer. Ich habe gerade ein Training am Fluss mit meinen Kindern. Erinnern kannst du dich sicher noch. Ich freue mich extrem, dass so viele von der damaligen Schülerliga so erfolgreiche Sportler geworden sind. Unbeschreiblich. Ich bin irrsinnig happy, dass ich euch eine Zeit lang mitbegleiten habe dürfen. Eine lustige Anekdote. Ich bin ja stolz, dass du jetzt Kapitän beim LASG bist. Schülerliga-Kapitän warst du ja bei mir auch. Ich kann mich noch erinnern, ich bin damals ins Konferenzzimmer gekommen und da haben sie geschimpft, dass ich dich als Schülerliga-Kapitän nehme, weil ich meine, deine schulischen Leistungen sind nicht passend, haben sie gemeint. Eine Kollegin, ich würde es den Namen nicht nennen, du kannst es dir vielleicht eh vorstellen. Und dann habe ich gesagt zu der Kollegin, sag ich jetzt pass einmal auf, habe ich gesagt. Und von der habe ich mich selber gefürgt. Sag ich, der Typ, der Bursch ist genial. Der kann Sachen, die kennt ihr alle miteinander nicht und ihr werdet sich alle miteinander anschauen. Das ist göttlich, was der macht auf die hundertstel Sekunden am Pass. Da habt ihr keine Ahnung. Das ist Kreativität, das ist Power. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Kollegin war dann natürlich angefressen, hat dann irgendwie das Glastentuch am Tisch gehauen und hat gesagt, ich will sie schon sehen. Und ich habe gesagt, ihr werdet sich schon sehen. Die Tatsache war, dass du, glaube ich, mit mir, also so viel mich erinnert hast du mit mir zweimal die Bundesmeisterschaft gewonnen. Auf jeden Fall, wir waren hocherfolgreich und du bist hocherfolgreich geworden. Das ist unbeschreiblich, was du natürlich damals auch Sport gemacht hast, weil du bist ja auch so viel, ich weiß, in unserer Schule damals Bundesmeister. Wir waren im Basketball und in der Mannschaft und in der Leichtathletik-Mannschaft, überall hat man die gebraucht. Und heute ist es so, heutzutage ist es so, dass wenn die Kinder am Vormittag eine Stunde turnen und am Nachmittag eine Stunde Fußballtraining haben, dann haben die Eltern schon Angst, dass in ein Burnout kommen oder sonst was. Und ich sage dann öfter, hey Freunde, ich meine, ich kenne Spieler eben wie die, Robert. Die haben sechs Stunden am Tag Fußball gespielt und dann wollten sie in der Mittagspause noch Fußball spielen. Ein Wunsch von mir wäre, dass der Trauner, du und dein Bruder, der Peter, einmal gemeinsam in einer Mannschaft spürt. Das wäre etwas, was mir ich wünschen würde, aber ich habe ja nicht viel zu sagen. Aber das wäre noch einmal eine Geschichte, da schauen Sie die anderen an. Mach's gut, alles Gute für die nächste Zeit. Verletzungsfrei bleiben, auf dem Körper schauen, das wird immer wichtiger, das wirst du sehen. Was ich da jetzt so gesehen habe bei den letzten Matches, ist bei dir noch nicht die Pension angesagt, sondern da kommen noch ein paar spannende, erfolgreiche Jahre. Hey, macht es sich gut, ciao, viel Spaß. Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Da kommen Erinnerungen auf, oder? Extrem, ja. Erstmal, ja, danke für die Nachricht. Ganz lieben Grüß zurück an die, euren Trainer. Ja, nein, es war eine unglaubliche Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Und er hat recht, wir haben damals wie Verruckte, haben wir eigentlich nicht lernen wollen, sondern nur Sport machen wollen und egal, was mit dem Ball zum Spielen war, wollten wir eigentlich dabei sein. Speziell ich und mein Bruder, weil uns die Schule natürlich nicht interessiert hat, weil wir eigentlich immer nur Fußball spielen wollten oder halt irgendwas oder Basketball spielen oder Volleyball ist eh scheißegal. Letztendlich bin ich ja sehr dankbar über die Zeit, weil der Horst wirklich zu der Zeit auch schon das erkannt hat, was vielleicht der eine oder andere nicht erkannt hat. Und von dem her, ja, Dankeschön für die Nachricht und lieben Gruß und hoffentlich sehen wir uns bald in der Reifersen Arena. Du hast Basketball auch gespielt, interessant. Also Fußball war doch immer Nummer eins, oder wie? Ja, nein, unsere Eltern, die waren ja auch sportverrugt und meine Mutter hat ja Handball lang gespielt und dann irgendwann einmal Fußball und mein Papa war sowieso Fußballer und Fußballtrainer. Von dem her war das bei uns in der Familie, du hast einfach keine andere Chance gehabt, dass du irgendwas mit Ball aussuchen musst. Und wie gesagt, damals in der Schule war es halt, ja, Basketball auch irgendwie interessant, weil wir waren zu der Zeit schon ein bisschen größer und werfen haben wir sowieso keine, wenn wir nicht Fußball gespielt haben, haben wir Basketball gespielt. Von dem haben wir das auch ein bisschen beherrscht. Und wie gesagt, egal in welcher Richtung es gegangen ist damals in der Sportartschule, wir wollten einfach immer dabei sein und es war eine Riesenfreiheit mit solchen Lehrern, wie mit Horst, dass wir zusammengearbeitet haben. Gut, dann schauen wir ins Hier und Jetzt und auf das Aktuelle. Robert, der Thomas Sagedo ist als Trainer gekommen und nachdem der Alex Schlager weggegangen ist, hat es einen neuen Kapitän geben müssen. Der Thomas hat so früh gesagt, mein Kapitän ist der Robert. Inwieweit war das für dich dann doch eine Ehre, dass der Trainer so früh gesagt hat, hey, du bist das? Ja, schon eine extreme Ehre, das habe ich ja damals vor der Mannschaft gesagt. Ich kenne ihn Thomas eben von der Rehezeit noch. Damals war er noch ein bisschen jünger und unser Co-Trainer. Und jetzt im Sommer, wie dann fest war, dass er dann ein neuer Trainer wird, haben wir uns getroffen und haben uns natürlich über Fußball unterhalten und wie er das alles so sieht und was meine Meinung dazu ist. Und dann war relativ früh klar für ihn, dass er mich wählen will als Kapitän und hat mich natürlich gefragt, ob das für mich passt. Und ich war damit einverstanden. Und ich muss sagen, die Zusammenarbeit bis jetzt ist sehr, sehr gut und ich bin mir sicher, dass es so in der Zukunft auch sein wird. Inwieweit hat sich für dich jetzt die Situation geändert? Mit der Mannschaft als Kapitän musst du noch mehr sagen, noch mehr reden? Oder kommt das einfach selber dann? Ja, du hast halt öfter Besprechungen. Natürlich will der Trainer auch öfter mit dir reden, das ist ganz klar. Aber für mich hat es jetzt nicht so viel verändert, weil im ersten Jahr war es auch schon so, dass der Verein von mir Verantwortung haben wollte, dass ich in gewissen Phasen auch vorangehen muss, dass speziell, wenn es dann schwierigere Phasen gibt, die es letztes Jahr Gott sei Dank nicht so oft gegeben hat, auch vorangehen muss. Und von dem her ist jetzt nicht so viel neu für mich. Natürlich eine riesen Ehre und ich freue mich und wir haben eine super Mannschaft und einen super Mannschaftskern und einen super Mannschaftsrat und wie man sieht, noch einen schweren Start, kriegen wir das wieder hin, dass wir wieder gewinnen und dass wir wieder gut spielen und dass wir nie auseinander fallen. Und von dem her spricht das für die Mannschaft und für mich ist das auch eine große Arbeit nicht. Du bist natürlich einer von den hervorragenden Spielern. Es sind einige junge Spieler, dazu kommen vielversprechende Spieler. Inwieweit bist du da als Kapitän auch in der Verantwortung, dass du dich mitnimmst, mittragst und einer zackst? In welche Richtung das geht? Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass jeder Spieler von uns gefragt ist. Von dem her, dass viele Ausländer gekommen sind, dass man sich natürlich das eine oder andere mal hinsetzen muss, ihnen helfen muss mit Wohnungssuche und so weiter und Integration. Und ich muss sagen aber, die Spieler, die schon länger dabei sind, die machen das auch überragend. Von dem her, ich habe jetzt da gar nicht so viele Aufgaben und trotzdem werde ich immer wieder da sein für jeden. Das habe ich auch schon gesagt. Und man muss sagen, dass wir Top-Spieler, Top-Junge-Spieler dazugekriegt haben, die natürlich nur ein bisschen Zeit brauchen. Aber ich bin mir sicher, dass am Ende des Tages dann auch das, was der Verein erwartet, auch kriegt von einer. Und die sind super Jungs mit einem super Charakter. Und es gibt keinen Fall, wo ich jetzt sagen muss, boah, bei dem ist der ein bisschen schwerer. Schauen wir auf die bisherige Saison. In der Bundesliga sind sieben Runden gespielt. 14 Punkte, eine Niederlage und die gegen Sturm. Wo wir natürlich sagen, gut, kann man verlieren. Ich habe trotzdem immer das Gefühl ein bisschen, ihr habt sehr viele Punkte geholt, habt nur ein Partie verloren und immer wieder, ja, aber die müssen doch viel besser spielen irgendwie. Aber ich weiß nicht, wie ihr das mitkriegt. Obwohl ja die Punkte da sind. Das Gefühl haben wir, oder das kriegen wir auch natürlich mit. Ich verstehe nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, weil nach dem schweren Start, dass du dann 14 Punkte aus Dritter bist, dann kann man schon von einer Euphorie sprechen. Und ich würde mir heute wünschen, dass speziell da in der Region, dass man das auch anerkennt. Wir sind in der Lask, wir sind nicht rapid, wir sind nicht die Austria. Bei uns steht nicht irgendwo, dass wir da Top 3 spielen müssen. Das ist für uns noch immer eine Wahnsinnsleistung. Und ich glaube, dass man das schon anerkennen sollte. Und dass man ein bisschen die Jungs unterstützen soll, weil, wie gesagt, das Gefühl, das hat ein anderer Spieler in der KPNR, beziehungsweise in der Mannschaft. Und ich würde mir einfach da wünschen, dass wir da mehr eins sind. Klar, sind wir Spieler auch enttäuscht, wenn wir verlieren und wenn wir nicht gut spielen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir gewinnen, dann kann man ruhig sagen, dass wir gut gespielt haben und dass man verdient gewonnen hat. Und ich würde mir sowieso wünschen, dass wir viel mehr Euphorie haben rund um einen Verein. Weil ich denke, mit unserer Raiffeisen Arena, mit unserer Fanbase, mit der Mannschaft, mit den jungen Talenten, da kann so viel entstehen, da ist so viel Potenzial vorhanden. Und wir, natürlich ist die Mannschaft in der Pflicht, aber ich sehe gerade, dass jeder drumherum, dass er Maximales geben muss, dass wir letztendlich eine große Nummer in Österreich werden. Das Potenzial haben wir, das haben wir mit dem Stadion, mit den Fans, mit der Mannschaft, mit den Leuten drumherum, um das Team, mit dem Trainerteam, Sportdirektor, alle drumherum, das passt alles. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir mehr Euphorie noch reinkriegen in den Vereinen und dann denke ich, dass wir in Österreich eine sehr, sehr große Nummer sein können. Wie siehst du euch? Wo seid ihr im Moment? Ich meine, geht natürlich immer besser. Der neue Trainer kommt, der will ein bisschen anders spielen, dann ist natürlich noch ein paar Runden die Systemumstellung, jetzt wieder mit Dreierkette, was natürlich alles ein bisschen anders ist. Wie gut läuft das aus deiner Sicht schon? Ja gut, ich glaube, der Trainer hat es ja schon oft gesagt, dass wir von einem Prozess reden und der Prozess ist nicht abgeschlossen, wenn du zwei Spiele gewinnst oder drei Spiele gewinnst. Und das heißt, wir müssen natürlich weiter hart arbeiten, wir müssen das, was der Trainer von uns fordert, noch besser umsetzen, weil wir trotzdem, dass wir jetzt zum Beispiel in Klagenfurt gewohnt haben, wieder Szenen dabei haben, wo wir natürlich uns verbessern können und müssen, damit man letztendlich auch dann Spiele, solche Spiele wie in Klagenfurt, noch souveräner gewinnen. Und von dem rede ich auch. Wir haben nur einen richtigen Prozess vor uns, aber wir sind am richtigen Weg und das stimmt mir positiv. Wie siehst du allgemein jetzt nach sieben Runden dieser Liga? Ich meine, ihr habt jetzt gegen Klagenfurt gespielt, und man darf nicht vergessen, die haben vorher noch kein Spiel verloren gehabt, also sind auch sehr, sehr gut gestartet. Vorhin wieder Salzburg-Sturm, dann kommt der Lask und ja, inwieweit hat sich schon da was herauskristallisiert nach diesen sieben Runden, wo die Mannschaften so ungefähr stehen? Ja, die momentane Tabelle sagt das natürlich, was du gerade gekriegt hast. Und trotzdem sage ich immer wieder, in der Liga musst du extrem aufpassen, weil mit zwei Siegen bist du dann wieder irgendwo vorne dabei und wenn du dann zweimal wieder verlierst, dann sind wieder alle schnell wieder da. Von dem her, wir müssen immer schauen, dass wir jetzt natürlich mit den internationalen Spielen, dass wir mit dem großen Kader immer wieder schauen müssen, dass wir eine gewisse Frischschweine kriegen und dass wir mental bereit sind, dass wir jeden dritten Tag spielen. Das ist die Hauptaufgabe, die wir in der Saison haben werden, neben dem ganzen Prozess, neben den ganzen Spieler integrieren, junge Talente. Von dem her glaube ich, dass das eine sehr, sehr intensive Saison wird und dass wir jetzt schon irgendwas von herauskristallisieren, sprechen das für mich noch ein bisschen zu früh. Du hast das eh gerade angesprochen, man muss mental fit sein jeden dritten Tag ein Spiel, man muss natürlich körperlich fit sein. Wie gut seid ihr benannt für diese Aufgaben jetzt, wo es wirklich Schlag auf Schlag geht? Ja, das wird man dann sehen. Letztendlich sind wir noch eher in der Frühphase der Saison und man muss sagen, dass wir Gott sei Dank bis jetzt die letzten vier Spieler, glaube ich, jedes Mal mit derselben Startelf gespielt haben und wir immer wieder Spieler, die was jetzt an Rückstand gehabt haben, wieder an die Mannschaft herangeführt haben und jetzt die Konkurrenzsituation natürlich auch, da muss man sich erstönen und die ist auch groß und ich muss aber sagen, riesen Respekt an jedem in der Mannschaft, die machen alle mit, die sind vollgas dabei und auch wenn jetzt der eine oder andere enttäuscht ist, bin ich mir sicher, egal, wenn es dann darauf ankommt, dass jeder dabei sein wird und dass jeder Vollgas geben wird und das zählt letztendlich. Hat sich durch die Systemumstellung oder wie er es da damals spielen lassen will, für die groß was geändert, sage ich mal, für deine Position? Ja, natürlich, weil, wie immer sehen wir, unser System, man kann sagen, ich spiele jetzt auf der Zehn und wir spielen mit zwei Stürmern oder ich bin der Reiner und wir haben zwei Außenstürmer. Das ist von Spiel zu Spiel verschieden. Natürlich hat sich was verändert, weil wir natürlich mit unserem eigenen Trainer weiter vorne anlaufen wollen, wir wollen mehr Ballgewinne vorne haben, wir wollen mehr Umschaltsituationen haben, wir wollen intensiver spielen, das ist ja ganz klar und von dem her hat sich, glaube ich, für jeden Spieler von uns im Kader was verändert, weil wir spielen nicht mehr das 4-2-3-1, sondern das 3- oder 5-3-2 und von dem her hat sich was verändert, aber ich glaube, dass wir das gut angenommen haben die letzten Wochen und wollen natürlich uns noch verbessern und da weitermachen. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. Ja, Robert und Rehmer über das ganz, ganz große Highlight FC Liverpool kommt nach Lenz in die Raiffeisen Arena und Spielgänge in LASK vor ein paar Jahren. Ja, hätte man gedacht, ja, vielleicht ein Vorbereitungsspiel im Sommer, jetzt ist es die Europa League. Wie war das eigentlich in der Mannschaft, wie ihr von der Auslösung erfahren habt? Wie habt ihr das verfolgt? Ich glaube, ihr seid gerade aus Mostar zurückgekommen und habt ihr trainiert oder was? Wie war das da? Nein, wir sind erstmal von dem Spiel herangeflogen von Mostar am nächsten Tag in der Früh und dann war um 13 Uhr die Auslösung und dann hat der Trainer das Training verschoben, dass wir gemeinsam alle die Auslösung anschauen können und natürlich, wie dann das Los Liverpool gekommen ist, wo ein Riesenjubel im Essen sei und jeder hat sich natürlich gefreut und die Vorfreude war unglaublich und die ersten Nachrichten sind schon reinkommen, dass jeder Karten anbühe und Wahnsinn und Wow und wie du schon gesagt hast, vor ein paar Jahren glaube ich, hätten die wenigstens davon getrennt, dass Liverpool in unsere Raiffeisen Arena kommt. Und heute ist es dann soweit und dementsprechend freuen wir uns und wollen natürlich den Moment auch genießen. Das ist natürlich Liverpool der große Favorit, brauchen wir nicht diskutieren, wenn man schaut, die werden wahrscheinlich auch mit wahrscheinlich der stärksten Aufstellung spielen, weil es ist das erste Match in der Europa League heute mit einem Kollegen Gred aus Liverpool, der macht dort einen Podcast, der hat gesagt, nein, Van Dijk spielt sicher, weil der war jetzt gesperrt in der Meisterschaft, also auf den kannst du dich schon gefreien, oder? Ja, ich glaube, jeder Spieler bei uns in Kader wünsche, dass die ja mit der ersten kann ich durchspielen, weil du willst ja natürlich mit den besten Messen, du hast schon richtig gesagt, dass Liverpool weit über den Last steht, das brauchen wir nicht diskutieren und in normalen Fällen hast du keine Chance und trotzdem sage ich, es gibt immer wieder Spiele, wo vielleicht die nicht in einem guten Zustand sind oder gerade nicht Fußball zelebrieren und da müssen wir da sein und wenn es dann die Chance gibt, dann wollen wir natürlich da sein und wie gesagt, wir wissen aber natürlich, wer der Favorit ist, wir wissen auch, dass das schwer wird, aber wir werden natürlich alles reinhauen und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ich denke mir, natürlich versucht man in so ein Spiel zu gehen, wie wenn es ein Spiel wie jedes andere ist, ist es aber nicht, oder? Das geht fast nicht. Egal, wer da was anderes sagt oder behauptet, das kann niemals so sein, weil das kann nicht wie jedes Spiel sein, von dem her, das ist ein riesen Highlight, ich glaube nicht für die Mannschaft, nur für jeden Spieler, für jeden Betreuer, für jeden Fan, Mitarbeiter, das ist für uns alle ein Highlight und deswegen habe ich schon gesagt, wir werden natürlich an dem Tag alles geben und versuchen und trotzdem sage ich, muss man das auch zum größten Teil so genießen können. Es gibt aber nicht nur Liverpool, es gibt noch zwei andere Mannschaften in der Europa League, Saint-Gilles aus Belgien und Toulouse aus Frankreich. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe von den zwei Mannschaften nicht viel gewusst, früher, man hört aber, dass die auch relativ gut sind, so inwieweit hast du die Mannschaften schon gehört? Ich natürlich als Fußballer kenne die Mannschaften, jetzt nicht sehr gut, aber die Belgier, die haben natürlich letztes Jahr, wenn man die beobachtet hat, haben die einen riesen Fußball gespielt, die haben gegen eine Ex-Mannschaft gegen Union Berlin in Berlin gewohnt und daheim auch gewohnt, von dem her Union spielt dieses Jahr in der Champions League und die haben die gewohnt, von denen kann man sich schon einstellen oder kann man sich ja schon einstellen, was auf jemanden dann erwartet. Es ist eine unglaublich schwere, unglaublich schwere Gruppe und trotzdem glaube ich, dass man gegen jeden Gegner, natürlich gegen Liverpool ist die Prozentsche nicht so groß, aber gegen jeden Gegner wirst du vielleicht die ein oder anderen Momente haben, wo du die Chance ergreifen kannst und dann letztendlich liegt es an uns, haben wir das dann auch schaffen. Die Gruppen ist aber sehr, sehr schwer und das muss man realistisch einschätzen können. Liverpool und dann, du hast das ja schon gesagt, geht es wieder in der Liga weiter gegen Hartberg, die auch sehr gut performen bisher heuer, oder was erwartet euch da? Ja, wir haben ja einen Ex- oder einen oder anderen Ex-Hartberg in unserer Mannschaft und die schwärmen natürlich immer wieder von Hartberg, ich würde es da keine Namen nennen. Man kann es über was sagen. Man kann es denken, genau. Groß, lang, gut am Ball, Verteidiger und so weiter. Ja, das wird natürlich sehr, sehr schwer sein, weil letztendlich kommen dann die Zuschauer am Sonntag und der war natürlich ein Heimsieg. Wer aber Hartberg gesehen hat in der Saison, der sieht, dass das eine Mannschaft ist, die war sehr, sehr gut Fußball spielt, die, die gute Kicker dabei haben, die, die jetzt zum Beispiel gute Punkte ausbeute gehabt haben, auch gegen gute Gegner. Von dem her wissen wir, dass wir an dem Sonntag auch eine Top-Leistung brauchen, dass wir das Spiel auch gewinnen. Und dann kommt, also Liverpool, Hartberg, Imst. Was denkst du, wenn du an Imst hörst? Da gibt es Erinnerungen. Was ich denk, soll ich ganz ehrlich sagen, an Imst denk ich, wo ich einen Elfmeter gehabt letztes Jahr und den hab ich nach Mäppen geschossen. An das denk ich gegen Imst. Nein, so weit denken wir als Mannschaft noch gar nicht. Letztendlich jetzt erstmal Liverpool, alles seine Hand, Vollgas geben, das Spiel genießen und dann kommt Hartberg und wir wollen natürlich da in der Liga weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und auch klar, das Ziel von uns ist, dass wir im Cup überwintern und von dem her werden wir da auch wieder drei Tage später eine Top-Leistung brauchen, dass wir weiterkommen. Robert, zum Schluss nochmal, wenn man sich das anschaut, wie gesagt, neuer Trainer, viele neue Spieler, es wird von Spiel zu Spiel, glaube ich, immer besser. Wo siehst du den Lask am Ende der Saison? Wo könnte man hinkommen heuer, gefühlsmäßig? Ja, ich habe es vorher schon gesagt, wenn alles stimmt, wie gesagt, wenn der Prozess stimmt, wenn wir die jungen Spieler integrieren und die dann auch performen, wenn wir als Team nur zusammendrucken und uns verbessern in den Abläufen, was der neue Trainer von uns fordert, dann haben wir ein Riesenpotenzial und gemeinsam mit unseren Fans, mit allen Leuten drumherum müssen wir so eine Kraft erzeugen, dass wir in Österreich eine große Nummer werden können. Das Potenzial haben wir und letztendlich liegt es nur an uns, ob wir das dann auch erschöpfen. Unsere Ziel als Mannschaft ist natürlich, dass wir uns verbessern, dass wir vorne mitspielen, dass wir erst beim Playoff dabei sind. Das ist auch sehr wichtig zu betonen, dass wir im Cup dabei sind über Winter und letztendlich dann auch im Playoff, wenn es zur Sache geht, jede Woche, dass wir eine Top-Performance auf dem Platz legen. Das ist ganz klar. Wir wollen natürlich die Saison nutzen, dass wir das bestätigen, was wir letztes Jahr erreicht haben und dann sehen wir, für was es reicht. Robert, dann sage ich herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast. Sehr gerne. Wünschen alles Gute gegen Liverpool. Genießt es auch, weil solche Spiele haben wir jetzt alle Tage. Ich glaube, das ist jetzt ganz ein besonderer Abend. Ja, danke vielmals. Ja, natürlich danke auch an euch fürs Zuhören wieder. Wenn ihr auf www.live.radio.at auf Gewinnspiele geht, könnt ihr wieder für den Urtypen oder die Urtypin des Monats September abstimmen. Wer ist euer Spieler oder eure Spielerin des Monats September? Am Ende des Monats gibt es für drei Gewinner wieder eine Kiste Zipfer-Urtyp. Den Live Radio LASK Podcast 1908 gibt es auf unserer Website www.live.radio.at in der App und auf Spotify. Falls ihr Fragen habt, einfach eine E-Mail an podcast.live.radio.at schicken. 1908 Der Live Radio LASK Podcast